das ist das katzenzimmer und die katzencouch man sehen kann nutzen die schon das ganze vollkommen aus ja zwölf wochen alt schon oder jung wie auch immer aber die mama kriegt keine ruhe das stillen zwischendurch das brauchen sie einfach das bild muss ich trotzdem mal festhalten das muss ich einfach festhalten wenn sie hunger haben dann hören sie darauf direkt laufen sie wie die wellen los wollen was leckeres haben wenn sie gerade gestillt werden hätte sie jetzt hunger wäre sie auch aufgestanden die große scheinen alle satt zu sein wenn man sie ansieht ja sieht man auch also die leiden echt nicht an hunger muss wirklich mal versuchen da auch ein bisschen weniger fett beziehungsweise ein bisschen weniger fressen den zu geben dass sie nicht fettleibig werden das ist nicht das ziel ich teilweise sehe wie gut ernährt die mittlerweile sind zwölf wochen das ist ja man soll es nicht übertreiben weil sie relativ grob anfassen jetzt dass man sieht der ganze körper bewegt lassen sich gar nicht stören es gibt ja was zum fressen so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was mich natürlich sehr freut, dass die Mama so lieb ist. Also wirklich, es ist eine ganz, ganz liebe Katze. Zwischendurch mal frech, ja. Also macht nicht alles so, wie man es vielleicht gerne hätte. Aber es ist eine ganz, ganz liebe, geduldige Katze. Das muss man sagen. Ist auch das, was sie an ihrem Wert schätzen. Ja. Ich hoffe, die Ketten, die werden auch ungefähr so werden. Wie die Mama.